Moin Leute, da wären wir mal wieder und ja, ich wollte heute einfach mal ein Statement-Video abgeben, denn heute wird kein Bovesch kommen. Das Ganze liegt daran, dass ich auf dem Dustin C-Server gebannt wurde. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum wurdest du gebannt, wie lange bist du denn gebannt? Ja, und zwar bin ich auf dem Dustin C-Server gebannt, aus dem Grund, dass ich Toggesprinting benutzt habe. Wie ihr vielleicht, naja, der eine oder andere wird es bemerkt haben, ich habe halt oben links in meinem Video, in meinem 50 Abonnenten-Special, hatte ich ja ein Steuerkreuz. Könnt ihr auch jetzt im Gameplay, glaube ich, sehen. Auf jeden Fall hatte ich da ein Steuerkreuz, wo man sehen konnte, was für Tasten ich drücke. So, das ist natürlich nicht verboten, aber dort wurde auch angezeigt, dass ich halt Toggesprinting benutzt habe. Toggesprinting ist, nochmal kurz zur Erklärung, Toggesprinting ist halt ein Mod, womit man, soweit ich das verstanden habe, sobald man eine Sprinttaste benutzt hat, dass man halt dauerhaft sprintet. Also, soweit ich das verstanden habe. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall habe ich das benutzt anscheinend. Ihr könnt mir das gerne nochmal in den Kommentaren erklären, falls ihr das jetzt falsch aufgegriffen habt oder falsch verstanden habt. Ja, ich wurde deswegen gebannt für zwei Wochen. Deshalb wird demnächst kein Bobisch mehr kommen, sondern ich werde wahrscheinlich auf Timolia mit dem einen oder anderen Gast Casted spielen. Ich weiß nicht, ob bei euch das ein Begriff ist, also ist ein relativ neuer Spielmodus und macht auf jeden Fall eine riesen Freude. Es geht halt darum, dass man in der gegnerischen Base die Flagge erobert und dann rüberbringt. Und... Oh, meine Stimme. Auf jeden Fall macht es halt wirklich einen Heidenspaß und ich habe da meine Freude gefunden. Bobisch wird aber nach wie vor in zwei Wochen wiederkommen. Ja, ähm, es tut mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe halt wirklich, dass ich mit diesen Casted-Zonen das Ganze ein wenig entschuldigen kann und, ja, mehr kann ich daran auch nicht rütteln. Es kann auch sein, dass ich diese Woche noch ein Montage-Video raushauen werde, beziehungsweise ein Montage-Video aus den Bobisch-Videos, die ich bisher hochgeladen habe. Ist gut möglich, aber garantieren kann ich noch nichts. Und genauso möglich ist es, dass ich heute noch eine Folge mit dem lieben Sakura hochlade, beziehungsweise mit dem EW Schafskopf, den ihr auch gerade im Gameplay seht. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, ob ich das Ganze heute noch gecuttet bekomme oder ob ich es erst morgen hochladen kann. Aber, ja, einzumbleiben wird auf jeden Fall passieren. Ich hoffe, ich kann das Ganze entschädigen. Auf jeden Fall euch noch weiterhin schöne Ferien. Und, ja, tschüss!